hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge von unserem projekt hier wir spielen hier das 1.7.10 pack ist auf technik launcher erhältlich könnt ihr selbst spielen ein paar quests drinnen und wir machen uns heute dran die ersten quests abzuschließen nämlich beschäftigen wir uns heute noch weiter mit tinkers construct wir waren auf screen ein bisschen farmen ein bisschen eisen und ein paar andere erze holen ihr seht schon mal die metais vollgemüllt allerdings macht das jetzt mal gar nichts ich ziehe noch mal schnell meine rüstung an bis sie kaputt ist und mit dabei ist natürlich wieder der tyrant hätte ich fast vergessen gut wir brauchen nämlich hier ein bisschen crowd das ist ein ganz wichtiger bestandteil von tinkers construct da müssen wir so ein bisschen einschmelzen passiert briggs und wir sehen uns wenn das ganze dann eingeschmolzen ist bis gleich so da sind wir wieder zurück in aus der timelapse mittlerweile sollten wir genug seert briggs haben für die tool ford und zwar genau die tool ford ist eine verbesserte pool station sozusagen und dann machen wir die mal schnell dazu brauchen wir da haben wir es auch schon also brauchen wir vier blöcke auf iron die sind ist nicht ganz so billig aber meine güte aber nichts machen aber dafür haben wir dann die ersten quest und kriegen rewards und 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 gut dann brauchen wir noch sie jetzt briggs die machen wir so haben wir drei hier gut und dann wenn wir auch schon die tool ford machen im prinzip kann man genau dasselbe machen was wir vorher auch schon gemacht haben nur dass wir mehr auswahl haben und genau und wir machen uns zuerst mal den hammer das ist schon mal die erste quest hier wenn wir da mal rein schauen hier einen hammer zu machen also brauchen wir noch ein paar andere schablonen wie zum beispiel hier haben brauchen wir brauchen wir noch wo sich schon nachschauen für den hammer brauchen wir so ein hammer kopf und eine große tool lot so weil ich das gesehen haben so und einen hammer kopf wo ist der hammer kopf so zwar mache ich mir jetzt mal einen was was mache ich denn aus die briggs habe ich auch nicht ja dann dann nein das muss ich also flint für mich nur lauter gut dann springen wir ab in den nächsten teilweise ich fahre ein bisschen flint und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so jetzt sind wir wieder aus der time raus ich habe mich dazu entschlossen einen grindstone gemeinsam mit euch zu machen denn ich will einfach nicht mehr das blöde abbauen von travel haben und warten bis ein kies rauskommt das geht mir einfach am sack deswegen machen wir schnell einen rein stone wozu brauchen wir okay bei kabel stone dann einmal das noch sohn und also so war es gleich 1 2 3 so dann sprennen wir nur kurz ein bisschen stein durch wenn wir auch mal wieder rausnehmen so ich muss also zu dir kommen weil die schaffel ist wieder einmal wieder ich glaube ich nehme gleich seine das erste stelle ich denke schon immer wieder gute stein ist fertig gebrannt und wir können das ganze jetzt vollenden da haben wir es auch schon den stelle ich mal gut dann können wir hier ganz viel kies ran tun gibt es auch mal dann weiß ich wir brauchen noch irgend so zum guten zeug weiß nicht und von welchem modus der bleibt dann suchen wir was mal ist das ich machen wurden krank heißt das jetzt brauchen wir wieder am pass ich will einst die kasten stick sind wir so nervig wenn einem genau ein ding ich kann dir was ich kann erzeugfläche gecraftet ich habe sollte neben die liegen jetzt brauchen sind verdanken nämlich was der grindste macht wir können da oben so diese links reinstecken dann steht also da und dreht so ein bisschen so und dann ok mal kurz ein bisschen weiter und der habe ich gerade produziert uns jetzt ein bisschen flint wir brauchen das nicht wieder so ewig so gut ja flint was wollte ich machen genau den hammer wollte ich machen war wollte ich einen blind haben wir machen genau das daraus machen nein ne sagt mal gut dann schauen wir mal ob wir das gut machen können ansonsten bleibt uns nichts anderes über als ne halt da müssen smelterys machen brauchst du jetzt eigentlich dies noch jetzt geht gar nicht wahrscheinlich nicht mehr oder ne danke ok tue ich ein bisschen grinden ja oder hast leilorium schon gebraten ein bisschen ja bis neulich weißt du was was kann ich das machen so vielleicht wer damit nein geht nicht ja idiot wow muss ich irgendwas für dich craften oder brauchst du irgendwas weißt du was ich äh wir brauchen jetzt ganz viele solche seared bricks aber das mache ich eh selbst gerade ok gut ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen eine smeltery herzustellen die machen wir mit ganz vielen solchen seared bricks ähm genau und zwar brauchen wir wow alter ich spring ins meer und ich lande auf der einzigen großen platz was überhaupt im jüsen scheiß mehr gibt läuft äh gut wir mal schauen wie man das ganze herstellt mit train ok wir brauchen einen controller einen train äh oh wow 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 ok wir machen nochmal ganz kurz eine timelapse wir besorgen uns genug genügend ziert bricks und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind so da sind wir wieder zurück aus der timelapse mittlerweile sollten wir genug haben kondensiert bricks und wir machen mal alles nötige nötige nehme ich einmal 1 eine smeltery train einen smeltery controller ähm hast du ein bisschen sand für mich überlegeweise ähm ja lassen wir zwei sand drinnen geht wir müssen nicht zu glas brennen gibts das in so obere oder so untere äh ich geb es in den noch nicht genutzten ofen ja 41 sand boom gut ein bisschen sand durchbrennen weil wir brauchen ähm nämlich einen tank den hier den seared tank macht man so und dann brauchen wir noch einen casting table den könnte ich mal machen so casting table dann das weiß ich nicht wo ich das brauche aber ich mach es einfach mal nämlich ähm das machen und dann nochmal das hier das brauchen wir nämlich auch und äh genau mittlerweile sollte ein glas genau viel glas haben wir eh schon fertig sehr gut äh dann hier ein glas in die mitte rundherum siert bricks dann brauchen wir jetzt nochmal müssen wir nochmal kurz etwas warten bis die siert bricks fertig sind entzweilen können wir das hier schon mal fertig machen ähm zwar stellen wir uns hier den casting table hin dann kommt wo ist der drain da ist der drain dann haben wir hier den smeltery drain und nein das soll nach vorne schauen oh ich muss eine spitzhacke reparieren sehe ich gerade gut spitzhäckchen etwas repariert so ähm ihr fragt euch jetzt sicher wozu ist die smeltery gut ganz einfach damit können wir zukunft herze einschmelzen ähm und somit auch werkzeuge aus also sich zum beispiel eisen herstellen aha keine ahnung was das macht aber ich glaube es ist nicht schlecht ja egal ähm was denn ich habe einen graben also eine schlucht durchgefunden dann sehr gut das so damit können wir das auch vollenden und uns fehlt aber leider noch ein bisschen was zur hölle ist das so aber das sind solche das sind solche ancient typen da cool ähm braucht tatsächlich etwas sand gut dann gehe ich schnell mal ein bisschen hast du ok machen wir einfach eine neue schaufel ähm schaufel dazu brauchen wir das und bisschen flint ja alle da drin liegt so einmal hier also schon so blind dann brauchen wir noch eine tool rod nämlich äh also die kann ich ja mit dem hier machen zack und dann machen wir uns schnell mal eine schaufel zack und da haben wir es auch schon gut ähm dann gehe ich mal schnell ein bisschen sand farmen bis zum 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 da sind wir wieder zurück der ofen hat darf durch geschmolzen jetzt können wir uns auch genuxiert pricks machen für die smelterie damit wir sie fertig machen können und ich würde mal sagen damit war es das für diese folge wir haben leider noch nicht den hammer fertig gebracht aber das kommt nächste folge dann und ja wenn es euch gefallen hat lassen bleibt da schreibt mir in die kommentare was ich verbessern kann und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge bis dann